das kopfgeld wurde ausgeschaltet und gemacht mein kopfgeld geklaut dafür habe ich ihn geklaut wieso ist er denn schon wieder dauernd stimmt bei dir nicht ich hab dich ist ja mehr dauernd ist schon wieder da ich habe doch mal auf mich fest anzugrabbeln mensch und das war das hat er mir den kill vor der nase weg ein schwein macht es mit mir wissen wir aber richtig grad die macht mit mir das dagegen der mauer gelaufen nicht jetzt alter das scheiß ernst Oh, das ist ja so cool mit der Sammler. Sammler ist aufgelöst. Oh, oh. Ja, Molo. Oh, ist ja gut Action hier. Noch nicht wieder beim Heli-Pan, das war ja ziemlich abknallend. Oh, was hat er denn wieder gemacht? Boah, Glück gehabt. Fech gehabt. Da ist einer. Da unten, ne? Da sind die Bäume im Weg, mein Gott. Dann brauchst du Thermalaufsatz. Dann siehst du sie. Warte mal. Oh, ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Nein. Ja. Bester Mann, ey. Fuck. Muss ich dich wieder freikaufen? Rausgesetzt, ich schaff's. Und hier mit einem Singleschuss-Ding. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, ist das... Oh, ich hab ihn mit der Granate gekillt. Oh, nein. Ein angehittet. Hab ich noch. Ist mein Herzschlag-Sensor? Oh, hier direkt neben uns ist einer. Laut Herzschlag-Sensor. Hier. Boah. Der hing hier, haben wir nicht gemerkt. Da soll ich nicht hin, das ist Rathmall. Und ich lande genau vor. Meine Fresse. Wehe, das klippt einer. Oh, oh. Da muss kein Wren in der Nähe. Mann, ist das peinlich. Das war echt peinlich. Okay, erstmal nach oben. Oh, verdammt, hab ich mich verjagt, ey. Ich dachte, hier wär einer. Richtig gedacht. Oh. Macht hier nix. Ich hab nicht nachgeladen. Ich hab auch gesehen, dass die kommen. Aber da ist ich mein Stuhl kaputt. Na, hier hab ich verdacht. Wahrscheinlich nicht. Doch. Und der Granat ist über die Worte. Der Landung ist beschissen. Mann, ey. Ja, da müssen wir wieder Zocker-Wochenende machen. Ja, Plan-Party. Ohne, äh, ne, warte. Mit Kabel. Da muss ich bloß irgendwie Jenny wegschicken. Wohin? Hey. Wo bist du eigentlich? Wir haben hier Ausrüstung geholt. Was war das denn schon wieder? Weißt du, jetzt aber. Ach, das wäre der Teammate. Der hat seinen Schirm nicht geöffnet. Oh, hier ist einer. Drei sogar. Einen hab ich. Zwei hab ich. Mensch, bei der ist die guten All-Zeit, ne? Da war der Montag schon breit. Die waren der guten All-Zeit. Der war auch schon Sonntags schon breiter, also. Oh ja. Mit Anzug, ne? Da haben wir den Honig-Whisky erst aufgemacht. Ah, ja. Am Sonntag haben wir dann erst das gute Zeug rausgebrillt am Sonntagabend. Wirst du mal, scheiße, kein Bier mehr da. Doch, Bier kann der. Läuft raus. Den hab ich. Hä? Er ist ins Auto gegangen. Ich hab ihn. Ja. Uh, da ist noch irgendwo einer. Himmel, ja. Mag das. Muss ja erst mal sagen. Hat keiner gesehen. Das war ja jetzt. Bloß nicht sagen, was eben passiert ist. Da bin ich wieder. Ja, ja, Runde ist leider zu Ende. Oh, Herr. Kameraturmumme oder was? Ne, ich wollte weggesnipen. Ganz beschissene Situation. Hauen wir nochmal. Der war gut. Du mein, Jenny ist schon wieder am saugen, also Staubsaugen. Okay. Wollte schon sagen, was ist da schon wieder los? Du weißt, man schreibtisch ist nicht groß genug dafür. Alles klar. Biervorrat, ja, Energy habe ich auch. Ich kann mir Energy-Bier machen. Energy-Bier, das ist auch gut. Ich kann mir auch einen Express-Matei machen, ey. Das ist noch guter. Noch guter. Das ist noch guter? Noch guter, ja. Und im richtigen Spiel verkack ich was. Was ist das wieder von... Oh, fuck, man. Oh, hier ist einer drin. Oh, nee. Haben wir uns jetzt beide gegenseitig erschrocken. Ja. Fail. Ja, hier. Müssen wir jetzt Screenshot machen. Nach dem Wochenende. So sieht man aus. Schon wieder, ey. Mann, er hat sich bewegt. Hab ihn, ich hab ihn. Mit einem Schuss. Habt ihr ihn? Da ist ein Sniper. Ein Flugzeuggerade unten. Hab ihn. Nice. Ja, nicht, dass er seinen Mate jetzt auch wiederholt. Wenn du mich jetzt nicht belebt hättest, dass ein Hubschrauber gekommen wär, hätte ich dich sowas von... Du mit deinem Hubschrauber. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ne, hier ist er auch nicht. Ops. Verdammte Scheiße. Ach, der ist... Also ich geh mal zurück, drück hier rein. Ja, nimm mal den Auftrag an. Weil, wenn, wenn, dann wirst du markiert. Falls das in die Hose geht. Ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert. Du musst es beschütteln. Na, komm her. Ja, pass auf, er will mit Routorblätter kill machen. Ja, aber ich kann gleich ins Gebäude. René ist abgesprungen. Er hat sich jetzt versucht. Was hat er denn für'n Scheiß gemacht? Das ist doch nicht, Mann. Geh auf den Baum. Ja, ich... Wie denn, wie denn sie sollen nach oben kommen? Ja, wenn du tot bist und landen willst. Krieg hier nicht vor. Ich will aber gleich mal einen Rennversuch. Ich sehe mal vorgegebenes Auto. Trophäe erhalten? Für was? Ich habe das tausendmal erneut versuchen gemacht, oder was? Die Granate kommt! Gut. Den hat es leichter durch. Bodyguard Doku zieht einen außergewöhnlichen Armablauf durch. Ein außergewöhnlichen Armablauf? Ist denn auch ein gewöhnlichen Armablauf? So ein Verteidiger? Ja, ist ja gut, dass ich einen Abwrack... Abwrack, genau. Abwrackenjäger genommen habe. Hä? Wer hat mir den Kinn gekreut? Paul, leider. Das habe ich dir einen Kinn gekreut. Aha. Ich glaube, ich werde hier weg, Routorn. Ja. Aber nur überholt. Ach, eine Knarre... Ey, wieder eine Sniper. Einfach irgendein... Noch eine Sniper. Das ist aber... Was ist heute los? K-Serie sieht anders aus. Was? Grüß dich. Ich bin Siri. Was kann ich für dich tun? Schnauze halten. Geh aus. Kann man gar nicht S. Ja gut, ist das S. Was mache ich da? Aus diesem Grund habe ich keinen Führerschein. Boah, Rambo. Wie dumm war das denn jetzt schon wieder, ey? Wie dumm war das denn jetzt schon wieder, ey? impliciere... Liebe. Wie dumm war das denn hier? Also richtig, wie dumm war das? glab,